Ja, dann ein herzliches Willkommen in die Runde. Herzlich Willkommen anlässlich Pressekonferenz vor dem siebten Spieltag der dritten Liga. Der 1. FC Magdeburg gassiert am Samstag beim SC Preußen Münster Anstoß um 14 Uhr im Preußen Stadion. Für alle FCM-Fans werden die Tageskassen um 12 Uhr öffnen. Da schauen wir vielleicht gleich mal hinein. Herr Zärtel, herzlich Willkommen an meiner Seite. Wie gewohnt der Blick auf den Kader? Jan Löhmannsröben, Leopold Zingerle, die sind zurück im Training seit gestern. Michael Diemeier ist wieder zurück von der Reha aus Donaustau. Vielleicht können Sie uns trotzdem mal einen kurzen Überblick bitte. Im Großen und Ganzen hält sich das auf. Also Leo hat, die sind am Dienstag eingestiegen. Und Jan, das sah eigentlich ganz gut aus. Leer haben wir aus der Spielform dann noch rausgelassen. Aber gestern war er dann schon eben voll mit dabei. Das sieht also ganz gut aus. Ja, Jan hat natürlich schon am ersten Tag, wo es natürlich auch ein bisschen intensiver war, ein bisschen geblasen natürlich, weil dann 14 Tage ohne Mannschaftstraining ist dann schon mal ein bisschen was anderes. Aber insgesamt hat er die Belastung ganz gut weggesteckt. Ein bisschen Sorgen machte uns im Moment Felix Schiller, der dann, den wir gestern rausnehmen mussten. Der hatte also schon von Anfang an ein bisschen mit seinem Rücken und mit der Hüfte ein paar Probleme, die er ja grundsätzlich immer mal wieder hat. Und aber jetzt durch die intensive Belastung der letzten Wochen, dass er jetzt wieder zu Tage getreten ist, auch eigentlich völlig verständlich nach so einer langen Pause lässt, dass sich der Körper dann nochmal meldet. Der wird aber heute erstmal trainieren und dann müssen wir mal entscheiden, wie wir mit ihm dann verfahren. Das ist soweit jetzt die Situation zum Kar. Unser kommender Gegner Münster hat in der vergangenen Woche, ich sag mal auch relativ unglücklich, vielleicht in Halle mit 2-1 verloren. Ebenfalls vier Punkte, ein Heimsieg, ein Remis. Was erwartet denn Ihre Mannschaft dort am Samstag? Naja, das ist ganz klar. Da braucht man sich bloß die Tabellenkonstellation anschauen, dass beide Mannschaften wollen diese Chance nutzen und sich dann aus der unteren Tabellenregion zu befreien. Und dementsprechend wird das Spiel natürlich, also ich glaube, man muss kein Profit sein. Es wird sicherlich kein schönes Spiel werden und da geht es natürlich um ein paar andere Sachen. Da muss der Kopf klar sein und dann muss man schauen, dass man es in seiner Linie findet. Das wird ein sehr, sehr intensives Spiel. Münster, einer der Aufstiegsfavoriten oder von vielen Trainern genannt, also sehr, sehr viel investiert in den Kader, in neue Spieler, die also auch dann ihren Stempel schon in der dritten Liga aufgedrückt haben. Ähnlich so wie bei uns funktioniert nicht so alles, wie sie sich das gewünscht haben. Und trotzdem haben sie jetzt mit dem Sieg gegen Mainz und dann der unglücklichen Niederlage gegen Halle natürlich auch wieder Mut geschöpft. Und jetzt gilt es für uns natürlich trotzdem, da wo wir noch gute Erinnerungen hatten, wir haben letztes Jahr im April gewonnen, haben wir noch ein ordentliches Spiel gemacht. Und da gilt es dann festzuhalten und uns anzuknüpfen und den Park umzustoßen. Denn auch bei uns war ja nicht alles schlecht, auch wenn wir die Situation jetzt nicht schönreden wollen. Aber da sind schon auch Ansatzpunkte, die uns positiv stimmen. Und die anderen Dinge haben wir besprochen mit der Mannschaft nochmal intensiv, haben eine gute Trainingswoche absolviert und sind eigentlich guten Mutes, dass wir da auch in Münster was mitnehmen können. Danke sehr. Manu, willkommen an unserer Seite, wie gewohnt. Schauen wir vielleicht mal auf deinen persönlichen Saisonstart. Kannst du vielleicht mal einen kurzen Einblick geben und was würdest du auch verbessern nach dem bisherigen Spiel? Ja, ich würde schon sagen, dass ich relativ gut in die Saison reingekommen bin, hatte einen ganz guten Saisonstart. Trotzdem gibt es natürlich immer was zu verbessern, wo ich jetzt spontan sagen würde, dass es vielleicht dann der Konsequenz vor Tor oder im letzten Rittel die Entschlossenheit zu haben, das Ding unbedingt über die Linie zu bringen, daran auch arbeiten könnte. Und das geht natürlich nicht nur für mich, sondern für uns alle, dass wir das tun, was uns ausgezeichnet hat. Und ja, zu mir persönlich gibt es eigentlich mehr zu sagen. Ja, dann schauen wir auch vielleicht aus deiner Sicht auf Münster. Wie geht ihr als Mannschaft an das Spiel heran? Naja, nicht viel anders als gegen andere Teams. Wir wissen natürlich, wie es um uns steht, auch wie es um Münster steht. Dass sich, wie der Trainer schon sagte, den Saisonstart wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt hatten. Und ja, wir werden das tun, was uns die letzte Saison ausgezeichnet hat, was uns jetzt in manchen Spielen auch ausgezeichnet hat, gegen Frankfurt ein sehr gutes Spiel gemacht. Kämpferer Start zu sein und uns aus dem kleinen, ja, ich sag mal Negativstrudel jetzt wieder rauszukicken, Gas zu geben und uns weiter den Arsch aufzureißen, dann wird das auch wieder zurückkommen, da bin ich mir sicher. Danke sehr. Ja, gehen wir wieder hinein in die Fragerunde, liebe Pressevertreter. Herr Behrens, eröffnet. Ja, meine Frau Oner, Sie sind ja ein sehr begnadeter Fußballspieler. Ein Presseer-Kollege hat mir zugerufen, das ist Herr Edelstein. Er streichelt den Ball und umdribbelt zwei, drei Leute. Wie wollen Sie jetzt erreichen, dass eine, auch durch Sie ausgestrahlt, eine höhere Torgefährlichkeit entsteht? Welche Position ist Ihnen denn besonders zugewiesen worden, taktisch, durch Ihren Trainer? Ich frage jetzt mal nicht den Trainer, sondern haben Sie da eine bestimmte taktische Marschroute? Naja, ich bin ja jetzt auch schon mehr als ein Jahr hier. Ich denke mal schon, dass ich weiß, was ich zu tun habe, ob ich jetzt außen spiele oder ob ich vorne spiele. Ja, da weiß man natürlich schon Bescheid, da hat der Trainer mich natürlich auch ein bisschen gecoacht, die letzten Monate, sag ich mal. Ja, und ich denke mal anhand meiner Dribblings und so, weiß ich schon, wie ich der Mannschaft zu helfen habe. Natürlich sind es in solchen Situationen immer ein bisschen schwierig. Ja, dann über, ja, weiß ich nicht, wie soll ich sagen. Na, ich fange einfach nochmal neu an. Ich weiß natürlich, wie ich der Mannschaft zu helfen habe und hoffe natürlich, dass ich das einbringen kann mit meinen Dribblings und vielleicht den Kopf am Ende nochmal oben zu haben und den richtigen Pass zu spielen. Mir ist aufgefallen, dass Sie teilweise schneller sind mit dem Ball als Ihr Gegenspieler, meistens im Verteidigerraum. Wie können Sie das noch besser nutzen in Verbindung mit Dribbling? Zwei ausschalten, schnell in Richtung Tour, wie können Sie das noch besser nutzen? Brauchen Sie da noch mehr Freiräume oder wie? Na, wie kann ich das besser nutzen? Das ist eine gute Frage. In den Situationen ist es halt immer gegeben, ob ich das Richtige tue oder nicht, da auch mal ein Abzuspielen. Ich meine, wenn ich zwei, wie Sie sagen, zwei ausgedröbelt habe, dann sollte ich schon irgendwann mal den Kopf oben haben. Ja, da den richtigen Pass dann zu spielen, das ist halt das Wichtige, oder den Abschluss zu finden. So, das werden wir dann sehen. Ja, deutlich, deutlich. Danke. Wie schnell sind Sie denn über 100 Meter? 60 Meter? Bist du das zufällig? Ne, es weiß ich nicht, über 100 Meter, ich kann nicht. Danke. Sehr schön. Die anderen Kollegen vielleicht sind da eine Frage. Thomas, Schluss. Eine Frage vielleicht an beide. Mangel hat es gerade um den Schiff so beschrieben in solchen Situationen. DIGA 3 Online hat es Anfang der Woche Krise genannt. Frage ich zuerst Herrn Hertel, ist es schon eine Krise, die sportliche Situation, oder wie würden Sie konkret die Situation beschreiben? Das ist, glaube ich, jetzt unabhängig, wie ich das jetzt benenne. Wir wissen, dass wir weniger Punkte haben, als wir haben sollten. Und wissen natürlich, dass wir gefordert sind. Jetzt stehen wir unterm Strich. Das sagt alles. Wir brauchen nur auf die Tabelle schauen, was wir dann für Worte benutzen oder was dann die Medien daraus machen. Wir müssen halt unsere Arbeit machen. Da sind wir guten Mutes. Wir denken, dass wir den Törner an schaffen können. Das sind Kleinigkeiten, die entscheiden im Fußball. Die sind in den letzten Spielen oft immer so im letzten Moment gegen uns gelaufen. Und da gilt es natürlich, dann eben stabil zu sein, konzentriert über 90 Minuten. Und dann natürlich auch die Fehler, die der Gegner macht, auch in jedem Spiel macht, dann einfach auch zu nutzen. Und wir hatten ein Punkt der Torgefahr. Wir hatten, ich glaube, in jedem Spiel unsere Chancen. Es war nie so, dass wir chancenlos waren. Wir haben sie dann halt nicht reingemacht. Also das ist dann eine mangelnde Chancenauswertung, aber jetzt nicht vielleicht eine mangelnde Torgefahr. Und da gilt es natürlich jetzt den Hebel anzusetzen. Und wir haben in der Woche auch die Mannschaft sehr konzentriert gearbeitet. Wir haben nochmal ein paar Sachen aufgearbeitet, die uns so in den letzten Wochen aufgefallen sind, dass wir vielleicht hier und da auch in Mainz hätten noch das eine oder andere an Torschance mehr kreieren können, wenn wir halt den richtigen Laufweg haben. Denn das war jetzt der Ansatz für diese Woche. Und jetzt fahren wir nach Münster natürlich, wissen, dass das ein Drecksspiel wird und wollen das aber ziehen. Das ist jetzt das, was am Ende zählt. Es geht jetzt nicht darum, unbedingt schön zu spielen, sondern jetzt geht es darum, Punkte zu holen. Weitere Fragen? Herr Behrens hat nochmal eine Frage. Herr Hertel, wollen Sie in Münster mehr Eingriffsbetont aufspielen, hinsichtlich der Situation, dass man ja Tore braucht? Wir brauchen Punkte. Ja, wir brauchen Punkte. Herr Behrens sind ja lange genug im Fußball und hier dabei, dass Sie wissen schon, dass dann auch dazu immer auch für Punkte eine stabile Defensive dazugehört. Und wir müssen halt die Balance finden. Sowohl müssen wir Torchancen rausspielen, Tore versuchen zu machen, aber das gilt natürlich auch, keine reinzubekommen. Und dafür müssen wir halt die richtige Balance finden. Wir können ja jetzt nicht sagen, wir spielen jetzt eben mit zehn Stürmern. Ja, dann verlieren wir eben sechs Zähne noch. Das ist dann natürlich nicht das, was wir brauchen. Also wir werden mutig auftreten. Das kann ich ihm versprechen. Und alles andere wird das Spiel zeigen. Wir brauchen jetzt hier ordentlich was rumperlauern. Am Ende müssen wir am Sonnabend 14 Uhr in Münster, wenn das Ding angekündigt wird, müssen wir einfach klar sein und unsere Leistung auf den Punkt bringen. Ja, danke. Oliver Leisner. Herr Herde, was können Sie denn als Trainer vielleicht auch konkret tun, wenn Sie sagen, also das Spiel war ja nicht schlecht und die Chancen waren auch da. Aber einerseits um diese Konzentration wieder in der Abwehr abzustellen, aber eben auch um vor dem Tor diese Konzentration nochmal zu erhöhen, dass dann der Ball tatsächlich reingehen kann. Naja, man nutzt natürlich die Möglichkeiten, die der Trainer hat. Das sind also ein paar Tools in das Video. Erstmal generell oft zu zeigen aus dem letzten Spiel, wo wir hätten Dinge besser machen können, die gar nicht so kompliziert gewesen wären. Und dann natürlich versuchen wir im Training Formen zu finden, wo man vermehrt in diese Situation kommt, um diese Läufe zu machen, um diese Abschlüsse eben zu haben und auch diese Konzentration. Dann geht es mal vom Einfachen los und dann wird es immer schwieriger und am Ende wird es dann eben im Wettspiel-Forum trainiert. Und da ist es klar, es ist dann immer schwerer, Tore zu erzielen. Aber das sind so die Handhabe, die sein Trainer hat. Und dann natürlich klar, immer wieder auch zeigen, dass wir Dinge eben schon besser gemacht haben und auch zu sehen, dass dann auch Dinge ins Tor gehen können. Oder wenn ins Tor gehen. Muss man vielleicht auch wieder zurück zu dem einfachen Erfolgsfußball? Mir erinnert es so ein bisschen an die Situation vor zwei Jahren, dass man dann so ein bisschen versucht hat, dann noch spielerisch den nächsten Schritt zu gehen, wo man dann gemerkt hat, mir ist vielleicht nicht ganz so das Richtige, dass man vielleicht einfach wieder nachkommt, konsequent über die Flügel, Flanke rein. Ich denke nicht, dass wir unser Spiel grundsätzlich umgestellt haben. Und das haben wir auch von Anfang an gesagt, dass wir es eigentlich nicht wollen. Diese Stärken wollten wir unbedingt behalten. Klar haben wir natürlich auch im letzten Jahr so ein paar Defizite gesehen, wo wir gesagt haben, das können und das wollen wir besser machen. Aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt wahnsinnig irgendwo an so vielen Stellenschrauben gedreht haben und das Spiel jetzt komplett anders ist. Also ich glaube schon, wir haben eine Mischung aus schnellen Umschalten, langen Bällen, auch mal flachen Bällen und Standardsituationen, die für uns eben auch immer wichtig sind, um Tore zu erzielen. Also daran würde ich es nicht festmachen, dass wir jetzt komplett irgendwie versuchen, was anderes zu machen, als das, was wir uns im letzten Jahr stark gemacht haben. Gibt es noch weitere Fragen? Herr Bartlitz, bitte. Haben Sie denn eben angriffen, weil wir jetzt alle hier meistens über den Angriff reden, noch personelle Alternativen, ich sage mal die Namen Süker, Exlache, sind das für Sie, auch für den Sondern, Varianten, die Sie zumindest im Kopf haben? Oder scheinen die von vornherein Mangels, ich sage mal, Qualität der beiden genannten oder vielleicht kommt andere aus? Also erst mal generell würde ich das jetzt so nie bezeichnen, Mangelsqualität. Das habe ich auch gedacht. Ja, also die Frage ist, jeder hat natürlich eine Chance. Und trotzdem ist es ja gerade jetzt in so einer Phase, für den Trainer natürlich wichtig, inwieweit verändere ich Dinge, ist es schon so weit, dass ich radikal den Kader umbastle, dann geht es schief, dann sagen alle, wie kann er denn das machen? Oder geht es darum, jetzt vielleicht hier und da eine Korrektur vorzunehmen und zu sagen, okay, ich bin jetzt mal der Rat, weil es waren ja jetzt auch keine Katastrophenleistungen. Klar, wenn du jetzt eine total schlechte Leistung ablieferst, dann hat natürlich der Trainer und dann auch die Spieler, die gespielt haben, nicht so viele Argumente, eben auch eine neue Chance zu bekommen. Aber wenn man jetzt sagt, das waren auch ein paar Sachen, dann waren es in Ordnung. Wir haben halt in ein, zwei Situationen die Situation nicht gut gelöst oder in mehr als zwei Situationen und dann wechselt alles radikal. Und das ist jetzt für uns auch die spannende Frage. Inwieweit sind wir jetzt bereit, ein paar Sachen anzupassen und inwieweit lassen wir Dinge, um jetzt den Spielern natürlich auch das Vertrauen zu geben, was natürlich auch den Spieler brauchen, um dann die Leistung zu bringen. Ist in dieser Situation für Sie Vertrauen wichtiger als eben möglicherweise den einen oder anderen zu pizzen? Ich glaube, beides muss man dann machen. Das ist ja das, was ich so, man kann natürlich einen neuen Reizpunkt setzen, aber eben da sollte man schon auch im Moment noch differenziert vorgehen. Ja, jetzt nur radikal. Ich meine, es ist auch für uns und für die Jungs jetzt, die jetzt da ein bisschen hinten dran sind, auch nicht ganz so einfach. Es waren ja verschiedene Sachen, dass Verletzungen in der Vorbereitung waren. Dann ging die Saison los. Dann ist es dann durchstanden. Dann waren die Pokalspiele, die waren jetzt auch nicht immer so überzeugend von den Jungs. Aber im Training deutet es immer wieder an. Aber jetzt hat man zu wenig Möglichkeiten, das einfach auch mal im Ernstfall zu testen. Weil ich stehe zu viel auf dem Spiel. Also jetzt, um da jetzt irgendwie Experimente zu machen, das können wir uns gar nicht leisten. Also ich muss dann schon auch davon überzeugt sein, dass es dann eine gute Entscheidung ist oder dass wir da keine Angst haben müssen oder Bauchschmerzen, dass es dann nach hinten ins Gehen kommt. Herr Behrendt. Sollte Schiller ausfallen, ist da eventuell wieder daran gedacht, Puttkammer mit reinzunehmen, der ja nicht unwichtig ist, auch bei Standard-Situationen im gegnerischen Strafraum. Er ist ja ein guter Kopfballspieler. Ja, da gibt es mehrere Optionen, die wir dann, ja, dann Städten Puttkammer ist eine Option davon. Aber wir können auch dann die Kette hinten anders formieren. Ja, also. Gut, dann setzen wir einen Schlusspunkt für Holter. Vielen Dank für Ihr Kommen und einen guten Auftrag unserer Mannschaft in der Englischen Woche. Danke.